Hallo und herzlich willkommen, Shenlong hier. Heute was anderes. Heute machen wir mal ein kleines Let's Try to a Neon White. Das ist die Neon. Nur einer können uns in der Erde bleiben. Und ich habe ein Schroger zu erreichen. Das ist die weg. er hat den heiligen schein ja erst gerade der himmelsanfechter oder so genau das spiel ist wohl hat wohl so ein paar words nominierung nominierung kriegt für game of the year von daher wollte ich mir mal anschauen schon gehört es ist schon ein bisschen was darüber gehört sollte mich geil sei mich fast pace man findet so waffen kann man natürlich zum schießen benutzen aber auch für movement und ziele spielt es möglichst schnell durch einen level zu kommen und die level sind wohl so aufgebaut dass man da relativ geilen flow haben kann und da relativ gut durchwaschen kann genau ich hab jetzt noch nicht gespielt die steht zwar continue aber das war nur eben um mal zu gucken ob das läuft und so und ja genau starten wir mal rein und splash cool dass es auch vertont ist die boys und girls aus dem intro nice we are the believers agents of god and you dead mortals are what we refer to as neon sinners the god is judged most unfavorably wait am i meant to be in hell but fret not for we have granted you an opportunity for salvation in our annual competition the 10 days of judgment during these 10 days you neons will use your villainous talents to annihilate the demons fading our holy land is this for real hey guess what you died and god thinks you suck go kill some crap you will each receive a soul card containing a weapon befitting your past badass badass katana soul card so card was a melee slash tech it cannot be discarded the attached note reads according to our records so whites ideal weapon is totally sick samurai sword okay totally sick the most competent demon slayer will receive the ultimate reward god's forgiveness and your very own place in heaven but first there's some housekeeping you will now be known as neon white do not forget you are here in heaven as guests these masks contain an explosive that we won't hesitate to detonate if you step out of life please refrain from removing them unless of course you'd prefer to go out in flames explosions fege masken yes i guess lowly sinner shouldn't expect red carpet treatment but heaven kinda seems like a racket sheesh heißt das and yet forgiveness strangely compelling to me like every inch of my body is calling out for it it's almost painful who exactly did i used to be i guess so the tutorial movement no matter learned side locked space to start movement where i see a look around okay ab geht's zum schiff 28 stehe genommen Auf dem Wasser werde ich schneller Space, ja, wenn sie da Ja, passt Seven Demons, okay, okay Kurify, this stone card fires like a machine gun Zweiter von Just fire the current cards, swap cards with Q, okay Okay Not bad Okay, wir, 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 wir playen nochmal Von daher Ich bin nicht dran Ich bin nicht mehr hoch Ich bin an die Kette Das ist ja das Geschenk Ich bleibe zurück an den Anfang, oder wie Hm Ah, ja Ah, jetzt check ich's Okay, okay Okay Ja, wir machen das nochmal So kann ich mit der einen Waffe die alle abschießen Mit der anderen Waffe hier so rüberjumpen, oder? Oh Ich bin quick restart Aber so geht's, ne? Ich schieße die erst alle ab Und dann jump ich da einfach easy rüber Ja Ja, okay nochmal Ich bin zu bad No, nochmal Ich will das einmal schaffen jetzt Okay Ace Global leaderboard Rank up Hm Mh So 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 Halt nicht Dann halt nicht Dann halt nicht Tja Denn halt nicht Okay, let's keep it going. 14 Sekunden. YOLO! It has been a minute, man. Ilyen YOLO, yo. This guy. Even with a mask on, I recognize him from earlier. Tell I know him. Holy crap, you got the freaking anime sword? I think I'm sure one of those little guns like the... What's it called? Like gnomes use? Uh... Haha, just messing, just messing. I know you're a badass. So why the hell does an idiot like this seem to remember me perfectly? You okay, man? No, actually. I, uh... Seem to be missing my memories. Can you fill me in? What, for real? We rode together for years, bro. Got up to some crazy stuff. You were my sass game, man. The darkness to my light. You know, I saved your life once. I took a bullet for you, dude. Really? Nah, I'm just messing. Yeah. Alright. Seriously, dude. You should team up. Just like a little time. Let's go. Then I can save the real from those, like, demon freaks or something. Yeah. I appreciate the offer, but no thanks. What? And it could be like, pow! And you could be like, whoosh, 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 whoosh. Eben. Because of the sword, you know? Aha. Sure. Good meeting. Don't think. Feel, bro! Bro! Der Bro ist ja gar nicht cool drauf. Elevate. This soul card fires like a handgun. If there's a second jump, try it in midair. Oh yeah! Another one down. Another one. Level hit. Yeah! 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 Und das war's jetzt auch leider schon erstmal wieder im Nierenwald. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, einen Like, einen Kommentar. Ich würde mich sehr unterstützen, hier einen Start in YouTube zu kriegen. Und ansonsten sieht man sich morgen wieder mit dem nächsten Neon-White-Video. Das wird jetzt der komplette Play-Thru geben. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, ne? Bis morgen, habt einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss!